Hallo und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longwall-Mod und mir, eurem Venter Krasus. Wir sind immer noch hier, um einen abgeschossenen Scout auszunehmen. Wir haben festgestellt, es sind Mutonen hauptsächlich mit ein paar Floatern unterwegs als Gegner. Ein Trupp ist schon halb vernichtet, den zweiten haben wir schon gesehen, der ist da irgendwo unterwegs und kommt jetzt langsam in unsere Richtung. Der müsste sich hier im Schiff, ist das übrigens, ja, da ist man schon einen Floater als Schatten, da noch die Motoren als Schatten. Wir kommen zur Verstärkung, zu der Truppe, die wir hier schon langsam aufgemischt haben. So, Alte Bärin. Vision Control, einmal durchstarten. Kein Fight in Sicht, alle anderen werden im Overwatch warten. Oh, Checkmate, ja genau. Gut, dass du noch nicht im Overwatch bist. Äh, du wirst jetzt einfach mal hier übers Feld fliegen und hier vorne hinkommen. Da hinten nutzt du anscheinend nichts, du siehst hier gar nichts. Ja, du wolltest nicht, du gehst trotzdem mit Overwatch. Alles klar. Oh. 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 Oh, alte Bärin. Oh, alte Bärin. Oh, alte Bärin. Irgendwann musst du doch den Feind sehen. Oh, ja. Äh, Shilong. Shilong, die sitzen wir da hier. Das ist zwar ein verdammt weiter Weg, aber ich glaube, der lohnt sich. So, kämpfe ich jetzt mal aus dieser kleinen, eingeigelten Position heraus. Ein Weltkanister habe ich ja schon stibitzt. Das war es mir wert in der letzten Folge. Ähm, den zweiten wollte ich dann ja auch ansteuern und habe danach die erste feindliche Truppe richtig aufgetan. Also, hm, war da nicht so erfolgreich und dementsprechend werden wir uns jetzt in unser neues Kampfgebiet hier vorschleichen, Richtung zweite Meltkanister. Vielleicht können wir ihn immer noch abstauben. Das wäre eigentlich ganz angenehm. Das ist jetzt erstmal Ziel der Geschichte. Cobra, du hältst den Rückweg frei. Ricky ist erstmal weit, weit in Sicherheit als Heiler. Gut. Ich könnte mir wieder ein bisschen vorsetzen. Auch gut. Ja, da sind sie. Die Feiglinge und kommen nicht näher. Die hauen sogar ab für uns. Und hier gibt es jetzt die ersten Prügeleien wieder. Sehr gut. Vier Stück. Die anderen waren fünf. Hier sind es jetzt vier. Da sind wir mit neun Gegnern hier bestraft. Ob es eine dritte Gruppe, äh, Gruppe, ja, eine Gruppe gibt, weiß ich noch nicht. Ich versuche es demnächst mal rauszusehen. Ich glaube aber nicht. Oh, ab wieder in Tarnmodus. Gegner an der Flanke. Boah, immer kann ich nicht widerstehen. Einmal anschießen, bitte. Voll, sehr gut. Ja, jetzt natürlich wieder sichtbar. Aber er steht gut hinter Deckung. Von daher sollten wir damit arbeiten können. 86 Prozent, um nochmal nachzupacken. Das heißt, der hier ist weg. Sehr schön. Hehehe. Äh, keine Einsicht, sagt nach. Hm. Der versucht uns gleich zu flankieren. Das heißt, hier werde ich mit dem Overwatch warten. Du bist sehr weit weg von irgendwelchen Geschehnissen. Das heißt, dich schicken wir hier vorne hin. Als Infanterist darfst du da vorne wirklich parken. Und damit sind wir im Kampfbereich. Und, ähm, werden mit Sicherheit angeschossen. Äh, hehehe. Komm, wieder zurück. Weiß auch nicht, wo ich dich hinstellen soll. Damit du aktiv agieren kannst. Von dich setzen wir hier hinter den Stein. Danach müsstest du den Feind sehen können. Ja. Kannst du dich schon mal einzielen. Und danach kannst du mit der großen Kanone wüten. Äh. Schade, dass es nicht den Perk gibt. Granate werfen und laufen. Das wäre echt super. Versuchen wir hier mal die Deckung wegzumachen. Hat bedingt geklappt. Gut, dass du eine harte Deckung hast und eine volle Deckung. Sonst hätten wir ein Problem. Ähm, wen haben wir denn noch hier? Freaky und Shilong. Ach, Mensch. Shilong hätte ich ganz gerne im Kampfeinsatz. Das heißt, ich möchte dich da hinhocken. Oh, ich habe meine Mark. Das ist auch nicht gut. Freunde, wir haben uns extra dahin gekauert, damit wir aus dem Overwatch heraus treffen. Und nicht nur Lichtdefikte machen. Die Lasershow brauchen die Jungs nicht. Wir sind schon motiviert genug, uns zu töten. Also. Ah, die beiden haben jetzt wieder Mut gefasst. Die Flüchtlinge, jetzt kommen sie zurück. Nein. Ich habe gelogen. Nur einer von denen hat ein bisschen Mut gefasst und kommt zurück. Okay. Versuchen wir was anderes. Checkmate hat die ganze Zeit nur rumgehockt und nichts gemacht. Und es ändert sich schon wieder nicht. Als wenn die wüssten, wo Checkmate sitzt. Äh. Also gut. Freie Sicht auf freie Bürger. Hier. Den vernichtest du mit mal. Danke. Danke. Der versucht uns auch zu umrunden. Geht immer ein Stück weiter und ein Stück weiter. Und irgendwann steht er hier. Kann ich das verhindern? Ja. Kann ich. Na ja, bedingt. Äh. Ähm. Versuch's von da. Und hier machen wir ein Overwatch. Hier ebenfalls Overwatch. Ähm. Ja, du hast volle Deckung. Das ist eigentlich ziemlich gut. Bleibst da. Checkmate. Overwatch. Damit du auch wenigstens einmal die Chance hast zu ballern. Ja. Du bleibst wo du bist. Gehe. Was? Da zieht echt mal die Overwatch-Schüsse. Und sind seinem Hin und Her gezoppelte. Und keiner trifft. So eine Scout-Funktion, ich weiß auch nicht. Andererseits, meine Leute sind auch nicht wirklich gut an den Waffen. Das ist die B-Truppe. Also ein paar von der B-Truppe. Ein paar A-Kanier, das war ja klar. Irgendwann müssten die ja treffen. Wenn der jetzt auch noch trifft, ist unser armer alte Bären tot. Ach, Glück gehabt. Ja, ich würde sagen... Griff, was kannst du für uns tun? Nichts. Checkmate, was kannst du für uns... Ach Gott. Nicht jetzt, 45%? Ich glaube, ich brauche zuerst Shilong. Der muss irgendwas markieren. Der hat schon die erste Wunde, es macht keinen Unterschied. Also doch, es macht einen Punkt Unterschied, weil er hat einen Punkt Schaden. Was? Sie haben mich identifiziert. So, markiert. Checkmate, 55%. Wie sieht's aus? Triffst du sowas oder nicht? Drift hat natürlich zwei andere Ziele. Checkmate, besser wird's für dich nicht. Also, vernichte. Ja, wenigstens mal getroffen. Ist doch schon mal ein Anfang. Wären vorher 30% gewesen, jetzt haben wir 40% durch die Markierung. Ach, Schande. So, durch 43% trifft man nicht so oft hintereinander. Normalerweise. Ja, das hab ich mir gedacht. So, du könntest jetzt eigentlich hier rüber gehen, deinen Job machen. Und alte Bären wieder zusammentackern. Ja, sehr schön. Hier kommen wir vielleicht sogar in die Flanke und können jetzt nochmal angreifen. 36%, das ist nichts. Aber der hat nur einen Punkt, das wäre ein gutes Opfer zum Einfangen, theoretischer Natur. So, 63% ist lohnenswert. Wenn wir den treffen, ist er weg. Sehr gut. Und hier hatten wir natürlich nur 26%. Ähm... Wie weit kriegst du die Granaten geworfen? Nicht weit genug, hätte ich mir denken können. Ja, nee, komm, lad nach. Nächste Runde kannst du dann aus dem Overwatch heraus ballern. Vermutlich wird der Feind jetzt erstmal fliehen wollen, weil doch recht viele Kameraden gestürzt sind. Ja, ungefähr so hab ich mir das vorgestellt. Ausgezeichnet. Also, ein Fangen mit dem wird jetzt erstmal nichts. Ja, da ist vielleicht möglich. Schauen wir mal. Hier wird nachgeladen. Habt's. Ab Overwatch. Mal keine gute Deckung. Riff. Brauch eine gute Deckung. Du könntest dich nochmal nützlich machen, alte Bären einen Rest geben. Also, äh, an Heilung. Nicht erschießen oder sowas. Äh, sehr gut. Und dann seid ihr auch durch. Das ist ja sehr gut. Das ist ja auch gut. Das ist ja gut. Ich glaube, das ist ja auch gut. Ich glaube, das ist ja auch gut. Und dann seid ihr auch gut. Das ist ja gut. drei motoren unterwegs muss man dazu sagen und ich können wir hier hinstellen wedikett holen wir nicht mit nach hause der punkt könnte nämlich schließlich am schluss wieder entscheidend sein falls die kreatur wieder getroffen wird und checkt mich wenn du erstmal da oben stehst du bestimmten ganz tollen überblick über den feind du jetzt einfach nach kobra gut er kommt zurück das hätte ich mir auch denken können aber aber nicht dass er aktiv angreifen wird ja genau so ich müsste ihn jetzt irgendwie einfangen ok shilong der steht extra da damit du ihn markieren und erschießen kannst das sollte funktionieren genauso und weiß so schön war gleich noch mal 98 prozent ja ok er hat sich ja wirklich gestellt zum erschießen rift vorwärts overwatch auch gleich komme ich in gefährliche zone dass der outsider aufgemacht wird mission ist länger geworden als ich ursprünglich behaupte beabsichtigt habe so recht von hier unten da kann es nämlich in dieses raumschiff reinballern jetzt auch gleich nach nach vorne ein bisschen sicht verschaffen kann auch noch vorne kann auch gleich im overwatch parken hier umrunden wir das ganze jetzt am besten schnell mal nach nachher fehlen mir die munitionsstücke halte bären ab auf wach posten der unsichtbare ein feind in sicht aber der ist auf jeden fall da er muss da sein ich wollte schon sagen botone entdeckt wenn ich den erschießen könnte checkmate halt moment moment vielleicht kriegen wir noch shilong dazu damit zu wirken das macht dann die schüsse leichter ähm kriegen wir nicht shilong muss nachladen ansonsten kann kaum einer richtig schießen außer von der position vielleicht ja aber du kannst nicht markieren ist es auch blöd kommt machen wir es so alte bären bleibt erstmal unsichtbar als sichtposten checkmate versucht ihr glück und wenn sie trifft so ungefähr dann kann der andere oder ein anderer den todesschuss machen das ist nicht so prickelnd war jetzt mal ab genau du machst jetzt einen todesschuss wenn möglich und kriegst genug erfahrung für die nächste stufe wenn möglich sehr schön oba vorwärts wir brauchen dich an der front setzt sich dahin wenn haben wir noch wen haben wir noch wenn haben wir noch ricky ricky rückst einfach mal auf und ab in overwatch als irgendwas umrunden will dich brauche ich etwas näher am geschehen oder wirklich gerne näher am geschehen haben ab in die ecke dann hätten wir noch alte bären und riss ja die beiden und alle bären wird jetzt erstmal im overwatch parken und alles anschließen was hier rauskommt das wäre nichts das ist super wo sind wir schon in position um da rein zu gehen ich glaube nicht aber wir sind zumindest in der lage reinzuschauen und zu schauen ob der feind sich oder wo der feind sich da drinnen aufhält machen wir das da hat da hinten ist sie long einmal vor rücken haben wir noch wo ist checkmate checkmate ich werde dich jetzt tatsächlich hier oben positionieren damit du ein bisschen mehr das feld überblicken kannst äh entfernungen 1 2 3 4 5 ne es ist weniger woher ist das ding doch 1 2 3 das ist 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 also genau diese linie das ist 18 dann bin ich außerhalb der sicht andersrum aber auch nicht gedeckt ähm das heißt du bleibst erstmal da oh hier ist ein riesiges loch drin ist das richtig das heißt von da aus kann er mich auch sehen ähm nicht gut wollten jetzt eigentlich einfangen obwohl ich habe sowieso schon einen scherben typen auf reserve also nutzen ist glaube ich nicht so hoch im moment nachladen für dich wenn wir noch einsetzen gar kein nein ich kann mir auch nicht wirklich viel näher schieben weil da werden wir schon wieder gesehen bleibst auch erstmal sitzen du musst hier freiwillig auch mal irgendwann bewegen oder nein na gut wie wir den ob oder ob wir den überhaupt da rauskriegen sehen wir in der nächsten folge schließlich sind dann noch motoren unterwegs die wir noch nicht erledigt haben da sollten wir auch drauf aufpassen naja bis dann und gute nacht da draußen was immer ihr sein mögt dass uchs 2 3 4 5 15 15 15